Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Batman Arkham City. Die Prüfungen stehen uns bevor. Dadurch werden wir ein echter Assasino. Ich werde schon hier scheitern, keine Säure. Dann können wir endlich nach Jerusalem und Assassin's Creed sein. Nein. Ich wollte, ich wollte, dass du dir sicher bist. Wenn das Blut des Dämons von dir Besitz ergreift, bist du auf dich allein gestellt. Wie immer. Mögen die Geister gnädig sein. Wow, eine Wand. Großartig. Willkommen, Detective. Ich bin der große Raas Al-Gur. Vor dir liegt die erste Prüfung des Dämons. Du musst aus dem Felsch trinken. So einfach ist es. Ha, mehr nicht? Ah, bitch, please. Gut, Alkohol. Gut. Spüre wie das Blut des Dämonen durch deine Arten strömt, deine Gesundheit regeneriert und dein Film manipuliert. Deine nächste Aufgabe ist leicht. Folge mir durch diese Welt und die Prüfung ist bestanden. Wenn du auf dem Weg etwas berührst, stirbst du. Das war gar nicht so einfach. Das weiß ich noch. Ähm. Na, wo muss ich denn jetzt landen? Batman, was war da denn? Hallo. Wie geht's dir? Diese Prüfungen werden zeigen, ob du stark genug bist, meine Armeen zu führen und diese Welt von dem Bösen zu befreien, dass sie zerstört. Okay. Nein, nein, das werde ich nicht schaffen. Fuck. Ah, das habe ich schon gesehen. Scheiße. Egal. Die waren schwer. Ich weiß das noch. Nein. Oh Mann. Warum, 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 warum. Ah, ey, Mann, das ist echt nicht einfach, Leute. Glaubt es mir. Ich habe damals schon ein paar Probleme damit gehabt. Ja gut, das war jetzt easy auf einmal. Hi. Oh, mein Gott, was hat er sich denn dabei gedacht? Oh, Batman, jung. Reiß dich, reiß dich zusammen. Ah, Mann, ich wollte doch... Huh? Huh? Bist du derjenige, nachdem ich gesucht habe, Detective? Ja, da bin ich. Soll ich da rein, oder was? Okay, holy shit. Das Blut des Dämonen hat es mir ermöglicht, 600 Jahre zu leben. Stell dir vor, wie viel Gutes du in so einer Zeitspanne tun könntest. Naja, ne? 600 Jahre leben ist jetzt auch nicht gerade das wahre. Holy shit, hätte ich aber gerade beinahe das... Nein, aber da musst du durch! Oh man! Junge! 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 Na, da bist du, bist du irgendwie ein bisschen... Ach, Batman. Was h heart of you? wieder einen deiner Tage, wo du keinen Bock hast, oder was? Na also, geht doch. War doch gut. Wie ich sehe, wird dein Körper schwächer. Die geringe Menge, die ich dir zu treten gab, wird dich ein paar kostbare Stunden länger am Leben erhalten. Zeit für dich, die ultimative Entscheidung zu treffen. Ah, nochmal. Ah, toll. Aber gut. Ich bin da. Ich wollte jetzt nicht den Abgrund runterfallen, deswegen musste ich das kurz mal abbrechen. Oder kann man überhaupt den Abgrund runterfallen, wenn man kontert? Ah, Mann. Ich hab doch. Aha. Okay. Alle tot. Mann. Lass es doch genug sein. Ich mach erst mal meinen Stufenaufstieg. Aber den schon mal voll verbessert. Er ist komplett fertig. Das ist sehr, sehr gut. Jetzt muss ich wieder da rein. Ich seh schon, ich seh schon, ich seh schon. Gut. Was jetzt? Gut gemacht, Detektiv. Jetzt komm und finde mich. Ohne dir da Belohnung. Nein, Batman, du sollst die Tür aufmachen. Ja, ja, ihr Penner. Ich bin jetzt euer Gott. Ebt eure Schwerter und lasst mich hier raus. Danke. So, Talia. Du bist doch Talia, oder? Ja. Ja. Du hast es geschafft. Ich bin jetzt raus. Ras al Ghul. Vater. Willkommen, Detektor. Es ist Zeit für deine letzte Prüfung. Töte mich. Nimm meinen Platz als Kopf des Dämons ein. Es ist dein Schicksal. Ich töte niemanden. Nicht einmal dich. Was? Du hast mich belogen. Ich brauche etwas vom Blut deines Vaters. Es gab nur diese Möglichkeit. Erlaube mir, dir zu helfen. Benutze mein Schwert. Nimm alles davon. Nein. Und das, das ist dein letztes Wort? Jetzt kann doch eine von uns diese Kammer nicht verlassen. Das werden wir ja sehen. Welcome to the boss fight. Ja, es kommt jetzt wirklich ein Bosskampf. Aber meine Lieben, ich bin fies. Oder auch nicht. Okay, wir waren im Bosskampf noch. Ha! Wowo! Man, ich habe doch Klingenducken gemacht. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Okay. Sieh, die warme Macht. Meine Lazarusgrube. Juhu! Ah, okay. Ich sehe, manchmal muss. Jetzt! Fuck! Fuck! Jetzt! Jetzt! Ah, Mann! Fuck! Komm schon! Ja, 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 ja. Okay, 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 okay. Juhu, alter, geht das ab, ey. Geht das ab. Niemals! Es ist unser Schicksal, die Erde zu beherrschen. Den Menschenabschaum von ihrem Antlitz zu wischen. Nur wir können es erreichen. Mein Vater ist alt. Seine Zeit ist abgelaufen. Unsere beginnt erst. Nimm seine Klinge. Töte ihn. Akzeptiere dein Schicksal. Akzeptiere unser Schicksal. Du weißt, dass ich das nicht tun kann, Talia. Dann, geliebte, wirst du sterben müssen. Ja, natürlich geht's weiter. Natürlich. Es gibt so viele von uns. Ha, ha. Ah. Du kannst uns nicht schlagen. Es gibt so viele von uns. Du kannst uns nicht schlagen. Und nochmal, zack. Ich muss wieder wahrscheinlich den richtigen finden. Du kannst uns nicht besiegen. Okay, ich hab ihn. Du kannst uns nicht besiegen. Ich hab ihn doch nicht. Du kannst uns nicht schlagen. Okay, jetzt aber. Du kannst uns nicht besiegen. Du kannst uns nicht besiegen. Du hättest dich uns anschließen sollen. Es gibt so viele von uns. Okay, 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 okay. Ja. Ja. Kommt wahrscheinlich wieder die Stelle, ne? Ja. Genau. Genau. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ah, scheiße, ich muss da reinspringen. Jetzt komm. Ja, getroffen, getroffen, getroffen. Ja. Ja. Scheiße. Ich bin gleich tot. Aber er doch auch. Komm. Yes. Yes. Hab ich ein Glück, ey. Hab ich ein Glück. Komm, der ist wahrscheinlich wieder die Konter. Okay, 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 okay. Krieg hin, krieg hin, krieg hin, krieg hin, krieg hin, krieg hin. Ja, schlag auf ihn auf. Jawohl. Ah, so macht man das, Leute, so macht man das. Holy shit, holy shit. Was macht ihr da? Hör mir zu, Detective. Hör gut zu. Du wirst mich töten. Du wirst die League of Assassins anführen. Denn wenn du es nicht tust, töte ich die einzige Person, die du jemals geliebt hast. Das war nicht Teil des Plans. Aha. Umgekehrter Bette-Rang. Vorprogrammiert auf Hengeschleuder Bette-Rang. Das seine Flugrichtung umkehrt und von hinten auf den Gegner aufbringt. Wir haben kein Geld mehr. Du hättest mich töten sollen. Ja, das hätte er. Was ist das für ein Mann, der seine eigene Tochter opfert? Und du, du hast mich belogen. Ich dachte, du liebst mich, Bruce. Ich dachte, du wärst bereit, dich uns anzuschließen. Talia, ich... Nicht. Ihr zwei verdient einander. Du siehst alt aus, Raz. Was ist hier wirklich los? Ich habe die Lazarusgrube zu oft benutzt. Ich lebe seit 600 Jahren. Mein Körper und mein Geist ertragen nicht viel mehr. Jedes Mal, wenn ich die Grube betrete, habe ich Angst vor dem, was hier entsteigt. Die Lazarusgrube vernebelt deinen Geist. Denk nach. Wenn deine Grube in falsche Hände gelangt, wirst du Jahrhunderte der Zerstörung nicht verhindern können. Du kannst alles wieder gut machen, Raz. Beende deinen Kreuzzug. Sonst komme ich zurück. So, ist speichert. Bruce, wo zum Teufel bist du gewesen? Ich dachte, ich bin nicht tot. Tut mir leid, sie enttäuschen zu müssen. Hast du Raz gefunden? Sekunde. Dein Anzug meldet wieder normale Werte. Bist du geheilt? Was ist da los? Raz befindet sich mit seinen Truppen unter Arkham City. Sie extrahieren irgendeine in der Natur vorkommende Chemikalie, die er Lazarus nennt. Er benutzt sie schon seit Jahrhunderten und hat den Prozess so weit perfektioniert, dass er in der Lage ist, sich damit von den Toten wieder zu erwecken. Hast du was genommen? Er hat mich dazu gezwungen. Geringe Mengen davon scheinen die meisten gebrechend zu heilen, aber selbst die kleine Dosis, die ich genommen habe, hat üble Nebenwirkungen. Raz war dem Zeug zu lange ausgesetzt. Das hat sich bemerkbar gemacht. Und glaubst du, du bist geheilt? Nein, die Wirkung ist nur vorübergehend. Raz wollte mich davon überzeugen, seine Grube zu benutzen, aber die Risiken sind zu groß. Wenn ich hier fertig bin, muss ich die Lazarus-Technologie weiter erforschen. Ich habe Raz gesagt, dass er die Grube schließen soll. Und du glaubst, das tut er? Vermutlich nicht. Raz ist von dieser Grube abhängig. Ich habe ihm die Chance gegeben, diese Abhängigkeit zu überwinden. Schafft er es nicht, beende ich es. Ja, das war's. Okay. So, ich hoffe, euch haben die... Ja, er ist im Gotham General. Da geht's drunter und drüber. Oder auch nicht. Was? Ah, Robin. Ich freue mich, von dir zu hören. Ich bin's. Was ist da los? Bruce sieht schlecht aus. Im Gotham General gibt es mindestens 30 bestätigte Fälle. In Mercy sind es knapp 50 und wie es aussieht, wiederholt sich das in der ganzen Stadt. Ich habe eine Simulation gestartet. Bereits morgen früh könnte Jokers Blut in mindestens 2000 Menschen stecken. Die ersten Todesfälle werden kurz danach auftreten. Bruce, das Heilmittel. Hast du es? Ich bin gerade auf dem Rückweg zu Freeze. Hoffentlich genügt die Blutprobe, die ich von RAS genommen habe, um die Formel zu vervollständigen. Ich hoffe, du hast recht. So, endlich. Ich hoffe, euch haben die Prüfungen und der Bosskampf gefallen, weil das war der Part. Und wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ihn nächstes Mal wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.